Wow, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Das sieht extrem krass aus, was Erik da gebaut hat. Herzlich willkommen in Folge 43 eurer Einsendung und herzlich willkommen im Redstone Bunker 4.0. In Minecraft heißt er Enchanted Bow und schreibt, das ist der Redstone Bunker 4.0. Und holy, guckt euch das Ding mal an. Das ist Fort Knox, das Ding ist verteidigungstechnisch, designtechnisch, wafentechnisch und ausgeklügelstechnisch. Ich glaube, das Wort gibt es nicht, ich habe es jetzt gerade erfunden, egal. Auf dem höchsten Level, ihr kennt doch bestimmt diese fürchterlichen YouTube-Video, diese Erfindungen sind auf einem anderen Level. Meine Damen und Herren, diese Einsendung ist auf einem anderen Level. Lasst uns aber erstmal ganz normal und ganz ruhig und gesittet beginnen. Bauzeit 1,79 Tage, das sieht man, das sieht man, das merkt man und ich freue mich, mir diese Einsendung angucken zu können. So, ist das der Herr Bauer? Ja, Enchanted Bow. Hallo, meine Damen und Herren. Warte, wo war doch mal mein wunderschönen Sohn? Hallo, schöne Grüße vom Herr Bauer. Viel Spaß in dieser Einsendung. Gut, dann lasst uns die Einsendung mal angucken. Also, bitte lesen. Hallo, The Geocraft und andere, ich entschuldige mich schon mal für meine Rechtschreibfehler. Kein Problem. Ich habe einen Bunker gebaut mit dem nötigsten zum Überleben. Das nötigste zum Überleben in einer Zombie-Abgelübsel. Okay, gut für ein Server-Rollenspiel. Regeln nicht als seinen eigenen Ausgibt. Nichts abbauen außer Farmen. Okay, das Rollenspiel ersparen wir uns an dieser Stelle mal. Ich bin der schlechteste Roleplayer aller Zeiten. Aber lasst uns das Ganze jetzt erstmal erkunden gehen. Also, es gibt von außen Folgendes zu sehen. Es gibt erstmal ordentliche Verteidigungsanlagen. Wir haben auch Techniken, die sich bei Nacht einschalten. Der ganze Berg ist nochmal extra gestützt. Schaut euch das an. Es gibt eine Stützstruktur, die diesen Berg stützt, sodass dieser Berg, selbst wenn nun da tatsächlich irgendwas draufgeschossen wird, würde man es, glaube ich, tatsächlich hier überleben. So, und es sieht auch noch so aus, als ob das alles richtig krass designt ist. So, hier sind überall Reds noch fucking drunter. Warum? Damit das zu ist. Okay, dann gucken wir mal. Es gibt ein großes Garagentor und es gibt ein Wassertor und es gibt ein Eingangstor und es gibt hier noch einen Weg nach unten. So, dann fangen wir mal einfach mal straight. Gehen wir straight durch das Eingangstor. Das hier scheint der Eingang zu sein. Und wir werfen den Key ein. Ich werfe den Key ein und... Oh. My. Goodness. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mach zu. Hohohoho. Schön. Oh, geil. Ich bin, ich bin, ich bin, ja, ich bin angetan, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich gerade darüber. Das ist mal mega cool gemacht. So. Wenn ich hier drin stehe, kann ich wahrscheinlich hiermit auch nochmal die Tür... Ah ja, ich kann hier auch nochmal die Tore schließen und öffnen. Abriegeln, entriegeln. Entriegeln. Alle Tore sind offen und bleiben offen. Okay, für den Tag der offenen Tür. Ist heute nicht. Tore schließen sich. Sieht krass aus. Respekt. So. Wir befinden uns in einer Lobby. Im Eingangsbereich. Es gibt Tageslicht, was hier rein leuchtet. Und wir schauen uns mal ein wenig um. Es gibt einen Schalter. Macht der etwas? Warte mal. Ah, der Schalter... Weiß ich jetzt noch nicht genau, welche Rolle den Schalter hier einnimmt. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass hier das rote Glas kaputt gemacht werden kann. Oder ist das nur ein kleiner Einblick in die Technik? Vielleicht, wenn man das rote Glas kaputt macht... Das ist ein Alarm gewesen. Wie brafiniert ist das denn? Das ist ja genial. Das war ein Alarm. Das heißt, man muss nur die Scheibe zerschlagen und der Alarm geht los. Das ist viel brillanter, als wenn man jetzt erst auf den Knopf drücken muss. Man muss nur die Scheibe zerschlagen und ein Alarm geht los. Jung! Verstanden. Das ist mega cool. Und das ist zum Resetten dann der ganzen Sache, dass man die Alarm auch irgendwie deaktivieren kann. So, Lager. Oh, Türen-Technisch hat er sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Licht. Okay, das ist cool, etwas so zu beschriften. Dann beschriften, dann sieht man das auch, wenn es dunkel ist. Wir haben hier ein Lager. Wir haben auch ein automatisches Lager. Und ich gebe davon aus, dass alles, was hier einsortiert ist, automatisch generiert wird. Haben wir IMS-Technik? Nein. Aber das sieht schon mal mega cool aus. Vor allem, diese Items werden 100 pro selbst gefarmt, denn alle Items können gefarmt werden. So, ich würde darauf wetten, dass die selbst gefarmt werden. So, wie geht die Tür auf? Da geht die Tür auf. Ich bleibe einen Moment offen und zack. So, hier ist ein Durchgang. Weiß nicht, wie man den öffnet oder triggert. Gibt es da irgendwie einen Trick? Ich sehe gerade keinen. Nein. Wir haben eine Beleuchtung im Inneren des Bunkers, die sich wahrscheinlich auch an- und ausschalten lässt. Wir haben einen Hangar. Dann gehen wir mal zum Hangar. Haben wir auch wieder Licht? Ja, das ist Licht. Habe ich drauf gedrückt? Ah, das ist ein Schalter. Okay, Lichtschalter, ein richtiger. So, wir befinden uns jetzt in einem Hangar. Okay. Und hier stehen... Oh, wow. Guckt euch das mal an, was so ein Hangar das ist. Mega. Mega Detailarbeit. Wir haben hier einen kleinen Tank. So, da kann man auch reingehen. Nice. Das ist ein kleiner Van. Das ist kein Tank, das ist ein Van. Für den Fall der Fälle, dass man dann tatsächlich mal irgendwo schnell hin muss, können wir unseren guten weißen Van nehmen. Da passen auch viele Leute rein. Juhu. Und wir haben hier einen Tor-Button, den legen wir gleich mal um. Das Tor wollen wir auf jeden Fall gleich mal öffnen. Aber erstmal uns diesen Raum ein bisschen anschauen. Sehr cool gemacht. Wir haben hier richtig so zum Arbeiten ein Gewerk. Wir haben einen Kran. Es ist nicht unüblich, dass man sowas hat. Wir haben hier einen Kran. Schickes Design für eine Kette. Auch hier die Grindstones für eine Kette zu nutzen. So ist eine coole Idee. Wir haben einen kleinen Kran. An dem sind Sachen dran. So einen Schwerlastenkran, mit dem man hin und her schieben kann. Damit man dann entsprechend leichter hier arbeiten kann. Also richtig eine Werkhalle, ein richtiger Hangar, wenn man es wörtlich nimmt. So. Und. Bam. Jo. Ich finde das sieht so cool aus. Jetzt verstehe ich auch, warum hier unten Razzlefackeln runter sind. Das ist zur Beleuchtung. Das ist eine ganz leichte, diskrete Beleuchtung. Aber nicht zu auffällig. Allein das ist schon Big Brain, Leute. So. Zack. Zu. Alter. Subi. Und. Licht aus. Und. Tor auf. Und wieder zurück in der Lobby. So. Wir sind wieder im Eingangsbereich. Aber es geht noch weiter. Es gibt einen Fahrstuhl. In den gehen wir mal rein. Schauen wir mal her. Es gibt Rufen und Fahrstuhl starten. Ist das wahrscheinlich. Und wir sehen. Es ist eine brandneue Einsendung. Überlegt das mal. Honigblöcke. 1.15. Es geht hoch. Der Fahrstuhl hat eine Tür. Also ein Sicherheitsmechanismus. Das. Oh ja. Ist es wieder dunkel. Gibt es hier einen Lichtknopf? Bestimmt das Licht. Diesmal muss man da aufdrücken. Okay. Der Fahrstuhl ist sogar so smart gemacht. Das. Oh. Es ist ein Durchgangsfahrstuhl. Warte mal ganz kurz. Hier oben gibt es keinen Mechanismus. Also kein Lockmechanismus. Aber das macht Sinn. Denn hier oben ist das Schlimmste. Was wir sehen können. Dass man auf die Honigblöcke. Runterfällt. Während hier unten. Könnte man in die Technik reinkommen. Und man könnte vom Fahrstuhl erdrückt werden. Oh. So. Okay. Wir sind jetzt hier oben im zweiten Stockwerk. Wir sehen. Der Baum ragt bis hier nach oben raus. Und wir haben hier nochmal ein bisschen Ausguck. Das ist das Glas. Das geht ja hier aus dem Berg raus. Das ist ja mega smart eingearbeitet. Das ist ein Kastenberg. Und das sieht großartig aus. So. Schauen wir mal. Wir haben eine Farm. Und wir haben Hangar 2. Gucken wir uns erstmal die Farm an. Hier geht es wahrscheinlich zu einer großen. Ach so hat er das gemacht. Okay. Dann sind das gar nicht automatische Farmen. Dann ist das wirklich hier noch Do-It-Yourself. Also ich meine gut. In der Zombie-Alpacalypse hat man dann keine Villager, die einem helfen. In diesem Fall sollte man dann wirklich selber mal anbauen. Aber wir können hier Wasser aktivieren. Und alle Items werden instant gefarmt und auch ins Lager geschickt. Und die Farm ist sogar so gut durchdacht, dass das Wasser immer in Richtung der Mitte pointet. Durch die Ecken, die wir hier haben. Also es wurde alles gedacht. Und damit ist auch automatisch die Bewässerung aktiviert. Wasser können wir abschalten. Super einfaches Design der Farm. Was haben wir hier drüber? Ah, das ist ja geil gemacht. Das ist ja mal cool gemacht. Warte mal. Gehen die bei Tag automatisch auf? Wow. Wow. Diese Detailarbeit. Schaut das euch an. Die Farm verriegelt sich bei Nacht. Oder? Tut sie nicht? Ah. Jetzt verriegelt sie. Okay, es hätte ein bisschen später sein. Wir müssen ein bisschen warten. Okay. Bei Nacht verriegelt sich die. Und bei Tag öffnet sie sich die. Ach, du große Neune. Ist das gut durchdacht. Ich bin gerade sehr geflasht von dieser Einsendung. Die ist designtechnisch und auch redstone-technisch auf einem sehr, sehr, sehr hohen Level. Diese Einsendung ist auf einem anderen Level. So. Wir haben Signallicht. Wir haben Wasser. So. Dann gibt es aber erstmal hier einen Lichtschalter. Wo ist der Lichtschalter? Hauf zu. Ist das Licht? Licht. Okay. Cool. Das ist der zweite Hangar. Hier gibt es ein Düsenfahrzeug. Ein Flugzeug in diesem Fall. Und eine Tür. Die führt nach draußen zum Helilandeplatz. Yo. Hier ist der Helilandeplatz. Da sind Kisten sogar da drunter. Ne. Sind das Kisten? Nein. Das sind keine Kisten. Hab ich mal geguckt. Hier ist ein Helilandeplatz. Okay. Das heißt, hier kommt man dahin. Hier steht ein kleiner Jet bereit. Wir gucken mal, was haben wir denn schönes. Wir haben das Hangar Tor 2. Wir drücken auf den Knopf und es öffnet sich. Ah ja, das ist hinter dem Wasserfall verborgen. Seht ihr das? Und wenn wir jetzt auf Zudrücken, dann ist es, ja, wunderbar. Schickes Tor. Wieder geschlossen. Was haben wir dann? Wasser an, aus. Ah, wir können diesen Wasserfall auch deaktivieren. Auch cool. Dann fällt es natürlich stärker auf. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man mit einem Heli da durchfliegt. Wir erinnern uns ja bestimmt alle noch an Jet. Das ist mit Wasser und Heli und durchfliegen, ja, immer so ein bisschen tricky. So, okay, dann wieder zu. Wasser an. So, Signallicht an. Was ist ein Signallicht denn? Schauen wir mal ganz. Das ist das Signallicht. Wow. Guckt euch das an. Es gibt ein Signallicht, was hier oben ist. Ein rotes Licht, das wie ein Leuchtturm sich in alle Richtungen bewegt. Und ich finde es auch echt cool gemacht, wie er hier oben diese automatischen Waffensysteme initialisiert hat und umgesetzt hat. Und schaut euch das an. Ein Signallicht, was die ganze Zeit hier herum geht. Allerdings entstehen dabei Lags. Deshalb machen wir das jetzt mal aus. Aktuell ist mein Computer auch so ein bisschen alt, der Junge. So, gut. Weiter geht es. Auf der rechten Seite finden wir weitere Lichtschalter. Machen das Licht an und erhalten einen kleinen Kantinenbereich. Hübsch gemacht. Ich drücke mal auf den Knopf. Und es kommt nichts raus. Und wir sind leer gelaufen. Oh, oh. Oh, ohne Essen ist nicht gut. Aber schick. Guckt euch das mal an. Obwohl wir uns in einer absoluten apokalyptischen Welt befinden, haben wir einen wunderschönen Bunker. Hier würde ich drin leben wollen. Denn es sieht toll aus. Auch vor allem hier. Man kann ein bisschen was vom Leben noch genießen. Man kann rausgucken. Man kann hier essen. Ist auch gar nicht mal so dumm. Wenn man seine Mahlzeit zu sich nimmt, kann ich jetzt noch so ein bisschen das Umfeld beobachten und sehen, ob irgendwas da passiert oder nicht. Mega nice. Okay. So, aber warum kommt da kein Essen raus gerade? Da wundert mich jetzt. Ich glaube, das muss erstmal nach oben gebracht werden, das Essen. Da sind, glaube ich, diese Dinger leer. Von wo kommt das Ganze? Es kommt von hier. Und es kommt, ah, aus dem Lager. Das heißt, hier kann ich Essen nach oben bringen. Zum Beispiel Kartoffeln. Das heißt, ich schmeiße hier Kartoffeln rein. Und diese kommen jetzt hier oben an. Und da ist meine Kartoffel. Ich kann eine Kartoffel nehmen und die nächste Kartoffel kommt. Okay. Er hat das extra noch nicht aufgefüllt, sodass quasi der Koch unten im Lager selbst festlegen kann, was heute auf dem Tagesplan steht. Krass. So. Und es geht noch weiter in den hinteren Teil. Hier haben wir auch erstmal Licht. Licht, was wir aktivieren können. Hier klickt es. Hier rappelt es. Wir gehen erstmal hier entlang. Was haben wir denn schönes? Eine Tür. Gehen wir durch. Hier gibt es auch wieder Licht. Wir haben hier einen automatischen Ofen. Cool. Räucherofen, automatischer Ofen. Okay. Glaube ich, dass es funktioniert. Ist mittlerweile Technik. Ich finde die nicht so ganz spektakulär, diese Technik, weil sie relativ immer nach dem gleichen System funktioniert. Hier mit Minecarts gelöst. Eine schöne Variante, aber eine coole Variante. Geil, dass es sowas gibt. Er spart einem viel Arbeit. So, dann haben wir hier eine Rüstungsanlage. Die kann man wahrscheinlich auch swappen. Ja. Das heißt, wir haben insgesamt vier, was mich lügen, fünf, sechs Rüstungen, die wir hier haben können. Sechs Rüstungen, das ist schon mal super cool. Was haben wir hier schönes? Wir haben einen Angriffalarm. Cool. Ich finde es cool, wie der Alarm auch immer leiser wird. Schönes Detail. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Allgemeinalarm. Okay. Was haben wir noch schönes? Wir haben das Stalltor. Ach, das... Ah! Jetzt weiß ich, was los ist. Mhm. Stalltor. Das machen wir gleich wieder zu. Hier ist eine allgemeine Steuerung. Das machen wir sofort. Lass uns erstmal den Stall angucken gehen. Hier ist wieder Licht. Okay. Gut, gut. Das ist der Stall wahrscheinlich, ne? Genau. Hier unten ist Entriegeln. Abriegeln. Abriegeln. Okay, okay. Was ist das hier? Ist das ein Fahrstuhl? Moment, ist das ein Fahrstuhl für Pferde? Halleluja. Nein. Sag was. Steht da? Fahrstuhl. Fahrstuhl. Wow. Wow. Lol. Ist das geil gemacht. Okay, das toppt alles, Leute. Das toppt wirklich alles. Guckt euch das mal an. Das ist mir mal mega smart gemacht. Man wirft dann wahrscheinlich hier wieder seine Keykarte ein. Dann gibt es hier einen Fahrstuhl. Ich starte den. Und bin jetzt hier oben in meinem Pferdestall. Wow. Das ist beeindruckend. Das ist, also, lieber, lieber Erik. Das ist beeindruckend. Das haut mich wirklich vom Hockel. Vom Sockel. Wow. Was haben wir denn hier? Hier geht es noch weiter. Wir haben hier. Ah, das ist. Ah, lol. Der hat sogar daran gedacht. Der Bereich, wo man ein bisschen. Ja, genau. Sie ist auch ein bisschen beleuchtet. Hier kann man dann Holz farmen. Natürlich. Man kann sich komplett autark in diesem Bunker. In diesem Bergbunker versorgen. Yo. So, was haben wir denn? Also, wir haben jetzt hier nochmal Haupttor 3. Okay, das heißt, hier können wir die Tore nochmal auf und zu machen. Es gibt einen Generator, der natürlich für den Strom sorgt. Wollt ihr jetzt gleich öffnen? Ah, Durchgang in die Bibliothek. Eine Bibliothek gibt es. Und ein Verzauberungsraum. Nice. Auch das Detail, dass der sich abschaltet. Ihr seht, wenn das Licht angeht, schaltet sich der Verzauberungsraum an. Und jetzt erst fliegen auch die Buchstaben da rein. Wow. Das ist so lit, ehrlich. Diese Einsetzung ist so cool. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. An. Da ist ein Command-Block. Der muss natürlich, glaube ich, da sein. Start. Ja. Und aus. Okay, das ist ein Generator. Okay, cool. Dafür ist dieser eine Command-Block da. Um diesen Lightning. Und man sieht es auch. Das ist der einzige Command-Block, der da ist. Nettes Detail. Absolut cool. Saugeil. So. Aber das war es noch nicht. Das haben wir uns, glaube ich, hier schon angeguckt. Hier geht es noch weiter. Denn hier haben wir noch einen Bereich, bei dem man, glaube ich, den Admin einwerfen muss. Und das ist wahrscheinlich der Admin-Bereich. Ja. Das bestgestützte von allem. Es ist ein Zimmer, in dem man sich nochmal richtig hinlegen kann. In dem man auch nochmal so richtig geschützt ist. Ohne die Giga-Harte passiert hier nichts. Man kann durch die Türen auch noch durchgucken. Und damit haben wir ihn. Ja. Da gibt es gar nichts mehr groß zu sagen. Das ist große, klasse, einsame Spitze. Also lieber Erik, was du da gebaut hast, ist irre cool. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden an dieser Stelle. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Einsendung vorzustellen. Es ist eine richtig krasse Einsendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Tschüss. Tschüss.